So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer zweiten Folge. Weining of Isaac Online Co-op gemeinsam mit Luex und Nefarius. Das war die perfekte Aussprache. Endlich macht das mal einer richtig. Wir haben eine Folge aufgenommen. Wir hatten gewonnen. Und der Checkmark wird tatsächlich blau, wenn man es im Online Co-op schafft. Haben wir festgestellt. Ja, bei euch auch. Ja, coole Leute haben jetzt einen blauen Checkmark. Wir haben einen coole blauen Zettel, weil wir ein Ending erreicht haben. Stimmt, wir haben nicht mal Mams Heart oder so bekämpft. Wir haben aber echt gar nichts getötet von den ganzen Sachen, die man sonst umbringt. Das ist ein sehr spezieller Boss. Und dadurch, durch den Run habe ich, man sieht, er entweder tanzt da oder er ändert seine Pose. Auf jeden Fall verliert er sein zweites Horn. Tainted Azaziel. Azaziel. Freigeschaltet und ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich habe den anderen gesagt, die sollen mir nicht sagen, was er macht. Ich sehe es ja gleich, wenn wir reingehen. Aber es sind eigentlich immer die Charaktere mit einem Twist, der irgendwie dumm ist. Also, bin gespannt. Ja. Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar dazu. Und ihr wolltet, was wolltet ihr machen? Das Messer nach unten. Mother. Genau, den anderen aus von Repentience.de. Okay, ja, den können wir machen. Aber ich habe eher einiges. Bisschen nervig. Ja, ich habe echt wenig Erfahrung mit den Extra-Ebenen, weil ich irgendwie immer die Mother-Tür am Ende mit irgendeinem Item aufschiese. Ja. War da schon immer ein Sound? Äh, was da? Oh ja. War da noch vergessen, aber... Also, du bist Tainted, der Methode-Maschum-Sound. Ja. Also, so ein Methode-Maschum-Sound. So, wie sie gerade hier guckt. Kinder, nehmen keine Drohung. Erwachsene auch nicht, by the way. Erwachsene müssen das für sich selbst entscheiden können. So, Likes, da ist auch ready. Das Game started. Und gleich erfahren wir irgendwie noch, dass man doch den Dings machen kann. Äh... Okay, ich habe irgendwas zum Aufladen. Oh, ich habe einen Mini-Laser. Ah. Okay, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, aber... Der ist echt kurz da. Der ist umständlich, ja. Ich habe schon direkt den Schoolbag gerollt. Du hast einen Limmelgeton. Okay. Und Likes hat, äh, die Box der Off-Rands. Oder wie sie heißt. Soll ich das Item erklären? Ja, dann verdoppel ich meine... Begleiter für den Raum, das weiß ich. Das hast du letzte Folge gesagt. Äh, deins kannst du erklären. Du hast irgendwie einen Stein im Kopf. Ja, äh... Ja, ich kann, ich kann, glaube ich, keine roten Herzen aufnehmen, sondern die gehen in das Buch rein. Dann kriege ich Charges für das Buch. Und mit einem vollen, äh, Charge kriege ich ein Item. Und es schwebt um mich herum. Das Item schwebt jetzt um. Genau. Und die können halt kaputt gehen, die Items. Genau, die, die fangen aber auch Schüsse ab und sowas. Aber die können halt theoretisch kaputt gehen, wenn du zu viel gehauen wirst. Also du musst keine Items aufheben oder kannst du Items trotzdem aufheben? Ich kann Items trotzdem aufheben, aber ich habe nicht so viel Bedarf. Außer das Spiel ist schlecht. Ah ja, okay, okay. Also wenn irgendein Unfall passiert, sind einfach alle deine Items weg. Genau. Alles. Ja, die waren schön vor mir in der Linie. Oh, ich kann... Alter, ich habe ja keine Flügel mehr. Er braucht den Mascara. Das ist Charme-Effekt. Charme, ja, ich bin Charming. Ich nehme es. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied für den. Also, siehst du mich mal an, wie sexy ich aussehe? Oh Gott. Oh, wow. Ich habe... Guck dir meine Augen an. Ich kann jetzt nicht so viel sehen bei dir. Ich dachte, du guckst durch das Baby oder so. Ich habe drei. Oh, Strom-Item. Strom-Item, bitte. Ich brauche wieder ein Charme-Item. Raus hier, raus hier. Nein. Kein Strom-Item. Ich glaube, den Mother Week hatte ich tatsächlich sogar auf YouTube gespielt. Hochgeladen. Ich bin nicht sicher. Das müssen wir ja eigentlich nicht machen. Ich hatte letztes Jahr im Dezember, aber ich bin auch vor der Zeit. Ich habe ja im Jahr einmal gespielt. Und da habe ich das gemacht. Ach, wo ist unser Fliegen? Das wird bei dem Ding relativ nervig werden. Dem Ding. Ja, dem ominösen Ding. Ja, du brauchst hier nicht spoilerfrei reden. Ja, aber wie ist das? Das ist neuer Content. Die haben den Shit noch nicht gesehen. Doch klar, die gucken doch alle meine Videos. Jedes Einzelne. Habt ihr alle Videos geguckt? Der Secret-Raum? Okay, auf. Der ist ein Secret. Oh, guck mal, die schützt sich gegenseitig. Oh, er ist geschahm. Oh mein Gott. Das ist einfach der perfekte Boss für Scham. Ja, Tears Up. Tears Up. Ja, nehme ich gerne, weil mein Laser echt langsam ist. Danke. Nein. Das ist... Das ist... Damage, ne? Oder? Das ist Damage. Auf einem Auge, ne? Ja, Damage auf einem Auge. Das bringt mir richtig viel, wenn es auf einem Auge ist. Ich lapple. Kann ich rote Herzen haben? Ja. Ja. Äh, ne, Fahrer, du kannst das Herzen da oben noch gleich. Ah, warte, ich hab vergessen, dass mein Bruch schon wieder ready ist. Betrayal. Ah, das ist... Murder. Murder. Das ist Backstep oder welches Brass? Äh, ich glaub... Also, Turn Your Enemies klingt so, als würde man die Charme, die würden für mich kämpfen. Ich würde mal hier eine Bombe, glaub ich, legen, oder? Nee, weil dann geht mir eins hoch. Ich geb's einen besseren Bomben-Spot. Ja, ja, ja. Wird schon hier sein. Ja. Dann können wir nämlich auch direkt... Äh, nein. Okay, wird nicht hier sein. Okay. Dann weiß ich nicht, wo der gerade Raum ist. Oder... Der kann nicht am Bossraum sein. Ja, wahrscheinlich irgendwie hier oder so. Egal. Aber guck mal, jeder, also... Ja. Meine Familie hat auch die Tränen, die auf dem einen Auge sind. Geben wir direkt? Ah, ja, ich seh's. Runter, oder? Wohin er spuckt. Äh, nö. Wir müssen ja nicht. Aber wir kriegen dann bessere Itemräume, oder nicht? Ja, let's go. Wir sind in der Armee. Wir sind in der Armee. Wir stehen in den Itemraum zum Aussuchen. Warte. Ja, wir können runter. Hier ist noch ein Herz markiert, oder? Ja, da drin, halt. Ja, da komm ich nicht rein. Ja, ist jetzt... Äh, Tainted is a Azazel, Azazel Boy. Kann der irgendwas... Also, ist wirklich nur der dünne Laser, oder hat der noch eine eigene... Warum passiert das, wenn ich... Warte, dieses Wusen... Das ist ein Nahkampf, glaube ich. Das ist ein Nahkampf, okay. Ja, würde ich... Irgendwas passiert, ja, ja. Okay. Uuuuh. Zum Beispiel Tainted Keeper, war das der, wo man immer so Knochenhaufen die ganze Zeit rumwirft, und der kämpft für einen? Ne, das ist forgotten. Ist forgotten, ja, den meinte ich. Der, der ist... Der klingt cool, zum Beispiel. Oder der eine craftet ja mit so einem Beutel. Wir fangen das ja auch ein bisschen verrückter. Genau. So ein bisschen was über die Tainted Charaktere weiß ich, ja. Der Cain war so lange verrückt jetzt alle Leute, die die Knochenrezepter aufgeschrieben haben, wo man immer dasselbe gespielt hat. Ja, aber das haben sie doch dann randomized, oder nicht? Ja, ja. Genau, weil die Leute einfach... Ja, aber, ähm... Ja? Ja. Also, mit dem Item des Fünfkings kannst du mittlerweile auch sehen, was gecraftet hat Cain. Ja, 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 hab ich mitbekommen, dass die Leute dann so oft mit Tainted Cain neu starten, bis sie ein bestimmtes Item kriegen, und sich dann... Äh, wir haben kein Geld. Oder dass man sich irgendwas holen kann, irgendein Gegenstand, den man immer recht easy bekommt. Der macht den Tainted Cain-Run dann doch wieder easy. Wenn man möchte. Äh, ja. Aufschlüssel für Bob, zwei Bomben, klar. Ja, das ist ein guter Deal. Wie sogar meine, meine bunte Kontur im Boden gespiegelt wird. Tut. Doch, das ist schon cool. Warte mal, es gab, ich hatte... Oh, oh, oh. Letztes Mal beim Spiel habe ich gesehen, dass ein Optionsmenü bei Mehrspielern ein Optionspunkt war. Komme ich da auch von hier aus hin? Ich würde echt gerne meine Farbe auf lila stellen, aber nein, scheinbar nicht. Ich muss aber Spiel modden, den Online-Modus direkt. Ach, ich hab Nägel bekommen, ja. Oh mein Gott, du hast Nägel. Das ist irgendwie zwei Damage ab oder so. Das ist richtig gut. Erst Gold raus, ne? Jo, jo, erst mal ein bisschen erkunden. Da oben, ja, wahrscheinlich. Hallo? Oh, nee. Die schießen einmal, die Feuer. Oh, ja, guck mal, wie viel... Können wir gleichzeitig nehmen? Ja, können wir simpel spielen. Okay, warte. Ich mach den Klaut. Macht ihr das? Und ihr lauft dann gleichzeitig runter, okay? Haben wir gleich viel Speed? Warte, ich hab eins. Also, ich zähl runter, dann mach ich einmal so ein Ö und dann könnt ihr... Okay. Drei, zwei, eins. Äh! Oh, zu langsam. Aber ich glaub, wir können's doch versuchen. Wir machen das noch ein paar Mal. Wir haben die Chance noch dreimal. Vielleicht haben wir eine bessere Möglichkeit für Timer. Warte, kann der Geheimraum sein? Warte. Äh, ja? Ja. Bombe. Der Geheimraum ist sehr geheim heute. Ich bin geheim. Heute. Wahrscheinlich über uns. Das ist ja der Ding, ist aber kein Problem. Ist weird. Schlüsse. Ja, gehen wir mal. Ne? Attacke. Es war irgendein Wurm. Nicht der Homie. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Oh, no, no, no. Warum meintest du, dass es hier jetzt bessere Items gibt, der Fahrer ist? Sind die Itemräume hier einfach generell besser? Vom Loot? Ne, du hängst mir mehr Auswahl. Zwei, zwei, zwei. Achso, weil das eine ein Fragezeichen ist. Ich verstehe. Ist es irgendwie random, wo der Hof piekst oder wo man steht? Also, irgendwie ist es immer genau da. Wo man steht. Also, ich habe ihn angehalten. Da kommt er gerade aus der Wand geschossen. Habe ich gehört, als du pass aufgeschrien hast, wer da eine halbe Sekunde später rausgeschossen kam. Ich nehme einfach das AP ab. Nicht wichtig. Schwarzes Herz. Oh, das Speed Up. Damage. Damage. So, noch mehr Bomben-Drops. Let's go. Was wollen wir? Ich würde sagen, wir sind eindeutig die Dämonen, Gang. Ja, wir sehen uns. Zwei Dämonen und Phosphophobia läuft hier mit rum. Ja, come on. Oh, wow. Das ist unser Geschenk. Ich würde eins davon nehmen. Ich auch. Ja. Great deal. Wenn du fahrst, guckst, der war traurig in die Kamera dabei. Okay. Ich habe ja vier und halb. Ich wollte auch mit spielen. Okay, jetzt müssen wir uns zwei Bomben aufheben. Das ist wichtig. Zwei Bomben. Wird notiert. Ja, für die Holzwand zum Aufsprengen, ne? Genau. Oh, jetzt habe ich die Zuschauer gespoilert. Oh, wow. Oh, guys. Direkt alle ausgeschaltet. Der ist cool. Wer kriegt am häufigsten Schaden von uns? Ich habe schon was. Wer kriegt am häufigsten Schaden von uns? I don't know. Ich habe halt drei Orbitals. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Schaden kriege, ist halt gering. Das ist der Shadow Realm, da müssen wir gleich hin, ne? Oh nein, stimmt. Geben wir den Boss besiegen im Shadow Realm, oder was ist unser Plan? Müssen wir den Boss im Shadow Realm besiegen? Die gibt ein extra Item, eventuell drei Item für uns. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Was ihr euch zutraut? Hier unten traue ich mir gar nichts zu, weil ich die Bosse zu wenig gemacht habe. Hä, hast du die nicht auf allen Charakteren fertig? Nee, ich habe nicht alle Marmdinger. Die, die ich habe, habe ich die Ebene hier geskippt und das irgendwie mit diesem anderen Schlüssel geöffnet, den man schmeißen kann. Ach, zehn Minuten. Ja, ja. Ja, ja. Also ich habe zwar Erfahrung mit den Bossen, aber das macht die Ebene in der Regel nicht besser. Ich muss mal den Nahkampf aussitzen. Hat der Nahkampf höheren Damage? Muss er ja. Ähm. Nee, wir haben vier. Wir haben nur einen Schlüssel. Wir haben nur einen Schlüssel. Und außerdem, die Bomben können wir holen, wenn wir die Lost Form haben. Oh, Cash. Ja, Cash Bunny. Das ist Tunic, alles. Das ist smart. Ich würde sagen, der Supergeheimraum ist gegenüber vom Bossraum wahrscheinlich. Das ist mein normaler Itemraum. Ah, Raum. Da ist das Feuer. Das will ich nicht. Das ist das Klo-Ding, oder? Das ist das mit den zwei Schüssen, links und rechts. Also, so schräg schießt, oder nicht? Nee, das ist so ein Wizard-Ding, nicht eine Windel. Soll ich eine Windel aufheißen? Ja, are you a wizard? Was ist das Toiletten-Item? Nee. Are you a wizard? Oh mein Gott. Du willst doch nicht in zwei Richtungen schießen. Das ist... Das ist nicht in zwei Richtungen. Nee, das ist doch das Toiletten-Ding, oder nicht? Das ist das Toiletten-Ding? Ja. Warum... Warum sollte eine Windel was mit dem Zauberer-Item zu tun haben? Aber warte, jetzt haben wir doch drei Bomben dadurch, oder nicht? Halt mal irgendwie... Ja. Oh mein Gott, wir sind alle. Zum Bild! Oh, wow. Warum bin ich explodiert? Oh, ich bin geist! Oh Gott! Ich wollte es dir gerade erklären, die ganze Zeit. Wenn du gedrückt hältst, lässt du halt nach einer Zeit eine Bombe fallen mit dem Toiletten-Item. Oh! Hättest du machen sollen, bevor wir One-Hit sind. Ja, ich hab... Oh, ich kann jetzt aber im Chill-Modus spielen. Yay! Richtig angenehm. Ich leg die Bombe. Ich leg die linkste Bombe. Ja, ja. Wir haben aber beide einen Holy-Mental. Ja, einen hast du. Erstmal nicht. Und wenn du dagegen läufst, bist du instant tot, dann ist der Run-Und, also normalerweise vorbei. Ei, ei, ei. Haben wir eine Karte? Nee. Ich mein, ich hab immer noch meinen Laser, immerhin. Wir dürfen da nicht rein. Hä? Was ist das denn für ein Scam? Vielleicht sind hier einfach mehr Spieler zu. Du hast sogar den Hustangriff noch. Äh, aber warte mal. Wir haben den normalen Heimraum nicht. Der müsste ja dann eigentlich hier sein. Nein, nein, nein. Dann können wir in den Raum rein. Nein, die können nicht nebeneinander sein. Doch. Sicher. Ich probiere es, wir haben genug Bomben. Ja, aber da ist Wasser rechts. Okay. Ja, das weiß ich doch nicht. Hallo? Die können nicht nebeneinander sein. Das war's. Äh, ja dann lass es zum Spiegel gehen. Ich würde sagen, der Geheimraum ist hier unten. Ja, mach. Bin gespannt. Alter, Gamer. Ich mein, der Arme sogar in dem Wasser gespiegelt wird. Drei München. Cash in die Tash. Ab in die, äh, tolle Himmel. Ui. Spiegel. Ich finde, wir sollten den Boss machen, also. Weil wir ja so Gamer sind. Aber wir haben das Deck durch. Das ist huge. Äh. Kann nicht aufliegen. Aber wir sehen jetzt, wo der Geheimraum war. Ja, ja. Das bringt... Ja, das haben wir ja. Das ist schönes. Und den sehen wir nur, weil wir den schon freigeschaltet hatten. Achso. Das ist noch ein kleiner Geist, jo. Die war ein Geist. Den Homie sprengen, der hat ja einen goldenen Augen. Macht kein Auge. Wow. Hat kein Auge gemacht für uns. Okay, Zeit für den Augen. Oh, der Dicke. Aber der ist eigentlich einer der besseren Boss-Visionen. Und wir haben viel Damage. Ja, Truhe. Ich kann aber in den Echlein-Sprungen. Guck mal, die Gang, Alter. Bin hier um mich herum schon schwer. Ich brauche mehr Familias. Ja, ich habe euch verteidigt. Jetzt könnt ihr euch richtig gönnen. Ich finde es gut, wie die Narben über uns auch Kopfhübersen, äh, so verkehrt herum sind. Yay, Pillen. Jed Mutz. Recksel. Oh, nee. Gämble ich einfach, ja, ne? Ach, du bist tot, deswegen kriegst du kein Item zum Willen. Ja, klar. Äste? Das habe ich... Oh, ja, gute Pillen, gute Pillen. Ja, 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 ja. Also, im Standard-Koop, der lokal war, konnte man immer seinen Mitspielern so'n HP joinken, um sich zu beleben. Hier finde ich nur ein Optionsmenü, glaube ich. Soll ich den Bumbe hierhin setzen? Äh, ja, mach. Schreckt das beide? Anscheinend. Oh, Herz. Joink. Vielleicht brauche ich einen Eternal Heart zum Leben. Oh, das wäre... Ich gehe davon aus, dass du einfach am Ende der Ebene, also auf der nächsten Ebene wiederbelebt wirst. Warum gehen wir hier rein? Weil wir den Goldtraum brauchen. Oh, Gott, oh, Gott. Großer Penny. Ich würde die Kipis nehmen, weil ich das Möchse verdoppeln kann. Ach, stimmt, ja, ich bin so smart. Ja, ja, klar. Mach. Was macht der Penny nochmal? Gut. Der macht, wenn du getroffen wirst, äh, troppen... Mach der nicht ne... Achso, der andere... Ich kann nur was im Shop machen, glaube ich. Oder ist das ein Goldtraum, die We-Roll-Maschine? Kann auch sein. Ja, er gibt mehr Sinn. Nur Geheimraum. Spreng den. Ja. Ich spreng den, Homie. Ja, ungedrehtes Cash. Wo bin ich? Warum bin ich immer noch ein Geist? Irgendwas ist fehlend. Geheim schlagen, Leute. Aber wir können da oben die Leute nochmal sprechen. Also, Infares, wollen wir uns fliegen für den Bossfight holen? Ich finde das nämlich entspannter normalerweise. Ja, wir gucken in den Shop erstmal. Oh, ne Autobatterie. Strom. Also, das ist für dich gut und das ist gut für mich. Ja, ne Infares. Nee, egal, wer es nimmt. Der kriegt dir meine Farce aus, weil es ultra strong, wenn er das hat. Ja, ich kann halt unendlich familias-ebingen machen, aber das ist für beide halt unzählend. Ich weiß nicht, ob das was verändert hat. Äh, wo ist mein Mod? Ich weiß nicht mehr, was die Pille macht. Ja, ist okay. Können wir die Fußloch sprengen? Boah, aber ihr habt noch 14 Geld, dann könnt ihr ein Gegenstand rauskriegen. Jetzt ist, jetzt, jetzt kann ich das nicht mehr. Ja, siehste. Hab's gesehen, war ein bisschen zweitlängs. Uh. Dann sag doch was. Nö, ich hab dir vertraut. Hab's gesehen. Du, 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 du hast doch alles hier freigeschaltet, nicht ich. Ich hab nur 9 Schritte erschienen. So, was ist dein Plan, Laikso? Ja, also entweder wir können uns fliegen holen im Bossfall, finde ich immer entspannter, oder wir sagen, wir machen es so. Also ich werde mir nicht die Lost Form holen. Ja, aber das ist ja entweder alle oder keiner. Nö, ja keiner. Gott's Willen, dass ich sterben will. Jetzt machst du gerade so, als wäre der Boss gefährlich. Ich fände es gut, dass ich, dass meine Angriffe in den Aufbrick bauen sind, glaube ich. Ich glaube, vielleicht hat der Miele auch genug, denke ich weiß nicht. Okay, der ist gefährlich. Ich bleib hier in meiner Ecke. Oh, du lebst. Oh, schnell laufen. Speed, mehr Speed. Ich will Magen werden. Range brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Macht Rangeman einen Laserbreiter, Baby? Erste Bombe. Dann will ich sprengen, okay. Ich weiß Bescheid. Es gab irgendwas, was einen Laserbreiter macht, aber ich weiß nicht mehr was. Ein echter Brimstone. Probably. Bitte, Tom, ey, du musst so aufpassen. Ich habe vergessen, dass du das hast, ne? Wir hätten damit auch gerade die Tür aufsprengen können. Tom, ey, kannst du das mal hier machen? Tom, ey, mach das mal hier. Ich habe so Angst. Ah, der putzt gleich Bombo. Jetzt kannst du dich heilen, Zombie. Okay. Leg dir einfach eine Bombe mitten in der Raum. Das ist echt nicht so ein gutes Item, die Windel. Nicht für den Charakter, der permanent den Schuss auch auflädt. Oh mein Gott. Hey, das ist, das wird toll. Ich freue mich. Hättet ihr mich doch nicht wiederbelebt. Einfach von Zombie fernbleiben. Äh, da möchte keiner von uns rein gerade mit unserer HP. Oh. Der hat mich angespuckt. Erstmal gucke. Ja, nein. Wir haben nur einen Schlüssel mit dem Arm. Gang ist... Oh Gott. Oh Gott, Schnitzel. Also hier sind alle schon tot. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ja, schwarzes Herz. Aha. Oben oder rechts? Rechts. Rechts. Oh Gott. Ich sehe nichts. Ich habe Angst, bei euch zu kämpfen. Ich muss immer in die Gegner jetzt rein spielen. Ich habe Angst, dass da eine Bombe kommt. Ich greife aber nicht an. Ich schiller aber erst mal. Wow. Soll ich in jeden Gegner reinrennen und gleich wieder tot sein? Oder soll ich euch eine Bombe reinlegen? So wie ich. Einfach überall reinrennen. Das ist toll. Ich habe eigentlich nicht so viel Leben. Wir haben nur einen Schlüssel mit dem Arm. Ja, weil der Shop lohnt sich immer mehr, wenn man nur einen Schlüssel hat, weil da drin können Schlüssel verkauft werden. Okay, wir haben zwei. Wir haben zwei Schlüssel. Wir sind drei. Oh mein Gott. Oh Gott, das braucht du Likes. Ja, klar. Oh mein Gott. Ich hole das Karten. Stärkere Begleiter. Ich habe Active Item. Ja. Oder ja, klar, nur das Blauherz. Geld finden wir eh noch für das Kartendeck hier. Sonst sprengen wir eine Donation-Maschine. Ja, klar. Ich führe rechts den Supergeheim. Ja, ja, ja. Rechts ist nichts mehr. Achso. Hier. Ja, ja, ja. Ja, mach. Warum benutzt du eine Bombe, wenn ich die unendlich habe? Auch zu. Ja. Wichtig zu merken. Halt hier. Hier, hier, hier. Warte. Ja, es könnte sein. Los. Los. Ich glaube, da war keiner. Aber hier links. Oh, ich sehe nichts. Wo bin ich? Passt nicht. Ach, ich kann ja einfach mit dem Nahkampfmoves angreifen. Vielleicht hilft das ja. Hier links. Aber ich stehe gerade hier so. Es könnte in einem Supergeheimraum sein. No? Ne, ist ja dieselbe Wand, die ich gerade schon versucht habe zu sprengen. Ist es nicht, ne? Ne? Ne, eigentlich nicht, aber ich nicht. Ach, okay. Die eine war Balls. Can see. Erdeckt hat, hast du die Balls? Ne, keine war Balls. Wow. I can see forever. Ich benutze die einfach. Lemon. Ah, du kannst die Pilze sprengen, Tommy. Ich kann die Pilze sprengen. Es ist wieder dabei. Dass wir den Magic-Waschdruck bekommen haben, der ist mittlerweile eigentlich so selten als Drop. Der ist so extrem selten. Es ist für den Content. In jedem Run kann Zombie rumlaufen und alles sprengen. Möchtest du noch den Dude in der Mitte sprengen? Ja, kann ich gleich. Ich vereile mich. Habt ihr was zu essen? Langsam alles schweben. Stress dich nicht. Speed down. Der Bonal hat von gestern mehr bekommen. Wieder zwei Stunden Run. Den Spockkopf hätte ich hier eigentlich auch echt nehmen können. Ja, aber der ist halt... So, gönnt euch. Was ist das? Obwohl. Das ist Damage auf einem Auge. Warte. Ich will ganz kurz, bevor ihr das holt, ganz kurz gucken, was mein Pay-to-Win-Ding ist. Ja, das ist die Maschine in der Mitte. Ja, ich will doch wissen, was das Ding macht. Ich hab doch das Trinkert. Die Item-Bürohn. Ja, deswegen ist die Maschine da. Ach, das ist 100% dadurch. Ich bin nicht so Profi, Naja. Nexer. While held, restocked boxes will always one item ums. Ja, okay. Okay, okay. Gut. Schnell nachgeguckt. Wollen wir jetzt die beiden Items einfach nehmen? Wir versuchen jetzt wieder die beiden Items zu nehmen? Du hast doch schon was mit einem Auge-Effekt. Dann kannst du zweimal einen Auge-Effekt haben. Aber ich hab einen Laser, der ist immer beide Augen, oder? Ich hab keine Ahnung, wie die Interaktion davon ist. Okay, spenden wir es ja raus. Ich dachte, wir versuchen beide zu nehmen. Niemand hat ja gesagt. Okay, dann keine Items. Wer braucht schon Items? Hallo, Gegner? Okay. Naja, ich hab das Zauber, das kriegt mit den zwei Leben. Ne, der Dino hat was gesagt. Ich hab gerade eine geklaut. Wir können in den Kampfraum links, ne? Weil, ja, wir haben halt Schlüssel. Den Kampfraum meinst du? Ich dachte, du bist hier schon bei dem Stachelraum. Ne, wir machen den Kampfraum, nicht den Stachelraum. Oh. Wir können nur die Skizzen öffnen. So, man spuckt, macht der Mösch. Ich weiß nicht, wie viel. Oh, schiebt sie ja sogar weg. Oh, mein Gott. Meine Nägel wurden kaputt gemacht. Warum haben die so ein Brimstone-Symbol über sich? Das liegt daran, wenn du... Bist du sicher? Ich glaub, wenn ich die anderen wusste, kriegen die das... Oder? Jetzt mein ich, wenn ich mein Messer... Ne, 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 wenn ich das drüster mache. Ich glaube, das Brimstone-Symbol ist durch... Azazahel. Ja, okay. I guess. Der Resog ist doch nicer, oder? Nö, ich mach Kisten auf. Ja, du kannst Resog nehmen. Ich nehm Resog. Resog. Wollen wir in den Stachelraum mit dem Fahrer aus 500 Herzen? Oder verlierst du da deine Items auch, wenn du Herzen verlierst? Äh, ich... Ne, ne, ne. Nur Tränen-Damage macht meine Orbitals kaputt. Okay. Also halt Projekt-Hier da. Erstmal drei weitere Items. Let's go. Oh, es ist nicht gidiert. Toff-Twins. Oh nein. Ich, ich kann helfen. Einfach Bomben draufschmeißen und dann rot. Ja, komm mal, ich hab den angespuckt und der ist... Oh. Markiert mit... Er kriegt mehr Damage oder so bestimmt. Da ist ein, da ist ein blauer Stein. Ich seh ihn. Ich hab, glaub ich, ne Bombe gelegt. Das ist gut bei dem Boss. Das ist actually gut bei dem Boss. Vielleicht die Bodyblocken, verdammt. Da ist ein blauer Stein. Ich spreng hier. Geh weg von mir. Pass auf, Tom. Oh. Ich hab, glaub ich, den Block nicht erwischt. Nö. Ah, nö. Pass auf. Okay, eine haben wir. Ich mach einfach gar nichts. Okay, ich wusste nicht, dass die... Oh nein, unser Angel-Room-Chance. ...dass die sich zünden, wenn man... ...aber nur in der Nähe ist. Ich muss hier sprengen, neben dem Auge. Das. Töne die blaue Spinne. Töne die blaue Spinne. Ja. Oh. Wenn ich fliege. Ich hab... Ja, Tom, der HP ist verloren. Könnt ihr. Ist das HP? Ist das HP? Achso, man hat extra einen Cool, dass man nicht da so rein spammen kann. Deswegen dauert es so lange das Aufheben. Jetzt verstehe ich's. Ja. Ah. Ja, das war unser Angel-Room-Chance. Aber egal. Wir leben noch. Ja, die war halt die Chance für beide, weil wir im ersten Rom ja nur Herzen hatten. Kein Tier genommen haben. Ja, ich dachte, man kann diese Bomben aufheben und die zünden sich erst, wenn man sie wirft. Aber dann hat's auf einmal in meiner Hand schon geblinkt. Bisschen überfordert. Panik. Okay, ja. Ich glaub, das war's. Gut. Okay. Ja, das Keepee ist erst auf der nächsten Ebene. Ui. Einer. Die nächste Ebene mit der Sequenz. Ohne Fliegen, ne? Das ist so... Ja, das Fliegen hätten wir ja eh nicht. Doch. Also wenn du das am Start hast schon. Also Azazael oder Lothar... Ja, true. Aber... Knopf. Ne? Knopf. Was macht ihr? Wir müssen alle Knöpfen weg. Zeigen wir den. Und all the key. Oh Gott. Okay, also mein Spock markiert irgendwie gegen. Da kann ich irgendwie meine Windel deinstallieren. Ne, ne? Ne. Also theoretisch schon irgendwann durch bestimmte Sachen, aber... Ich würde... Ich kann halt nicht mithelfen, weil die Projektile meine Orbel ist kaputt. Wir brauchen die goldenen Knöpfe, damit wir diese Brücke hier reparieren können. Ich hab's ja repariert. Oh, du hast einen Pilz, die wir jetzt bringen. Ach, ja, Pilz. Kannst du mal hier einen Pilz setzen? Also hier im Kondowetzen? Vielleicht? Ja. Ja, du musst, glaub ich, neu machen. Ich glaub auch. Ich glaub, auch. Du kannst denselben Charging zwei Bomben legen. Das ist nochmal Lack ab, oder? Ja. Willst du? Nimm mal du. Ich hab schon einen Lack ab. Ja, aber wenn ein Charmeer hohes Lack hat, ist doch besser. Kannst du auch so Lack-Items nehmen. Ja, Lack für Tränen-Effekte. Hallo. Los, sprech ihn, Tombey. Tu es. Lack ihn an. Okay, jetzt einmal hier noch, Tombey. Okay. Also, das ist kein gutes Co-Up-Item. Generell, also, ja. Haben wir Bomben brauchen. Oh, zwei Herzen. Ach, Hyrule-Fan. Warum? Warum, Nefario? Du hast die besten Herzen. Wir werden niemals ein Angel-Deal bekommen. Oder ein Devil-Deal. Ich hab die Pilze gegessen. Ist das meine Herzen? Das war eine Karte. Das war eine Hyrule-Fan-Karte. Du hast die Pille gegessen. Ich hatte Hunger. Ja, ist eine Pille. Ist dasselbe wie Walls-Ostier. Einfach die Karte zusammengerollt und gegessen. Irgendwer wollte überfahren. Ich wollte überfahren. Jetzt hab ich nur noch rote Herzen. Das ist schlecht. Okay, du hast die einfach gelöscht. Du hast einen Job. Echt ein Scheiß-Job. Oh mein Gott. Das war Zäumilk. Oh mein Gott. Zombie, nimm nicht Zäumilk. Du hast ihn. Oh, wir haben das Zwei gleichzeitig genommen. Let's go. Ich glaube, das war zwei. Zäumilk. Ich glaube, das ist giga-Use-Land auf dir. Oh mein Gott. Aber du kannst durchschießen. Kannst du jetzt durchgehen und schießen, Zombie? Oh. Ja. Oh mein Gott. Ja, okay. Einfach nie wieder loslassen. Da kannst du auch keine Bomben mehr legen. Ja, eine kommt halt trotzdem. Es kann sein, dass es sich pro Raum resettet. Nee, tatsächlich nicht. Dankeschön. Ich darf aber nur meinen Laser nicht mehr loslassen. Ich bin einfach so ein Kind, was an einem Kindergeburtstag so viel Traubensaft getrunken hat. Beinahe. Oh Gott, zum Beispiel. Du darfst ganz viel wieder sprengen. Ich fahre es hier. Gib mir die. Ja, lecker. Charges. Aber macht 10 Husten fand ich auch lustig. Oh mein Gott. Holt euch, holt euch. Herzen, Herzen. Ich will eins haben. Noch eins. Holt euch. Noch eins. Mach mal auf hier. Rauf. War ein blöde Filsport sehr. Ist mit dem Stick zu lenken lustiger? Oh mein Gott. Ich kann den halt so richtig wie so Pinkeln lenken. Los, Likesa. Baby. Wee. Wir haben mehr Babys. Oh, Bombe. Mehr Babys. Da sind Pilze. Wir haben jetzt alle gerade noch schwarze Herzen. Oder blaue Herzen. Ich wusste nicht, was der Duk macht. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er schießt scheinbar nur gerade aus. Er war nur gerade. Ich will nur meinen Pilz trinken. Das einsplächtige. Magic Mushroom. Nichts. So, worin gehen wir? Boss oder hoch? Boss. Da sind noch mehr Pilze. Da sind auch mehr Pilze. Den habe ich nicht gesehen. Warum hat er das genauso getimed? Der mag dich nicht, der Junge. Ja, ich glaube auch nicht. Lohanboy. Hornfell. Achtung, ich bombe einmal. Reisenblauen Stein. Er bombe mich. Brimstone Bombs freigeschaltet. Yay. So, wer nimmt das Stück Pizza in die Hand? Likes er wieder. Ja, ich... Ja, ich... Hast du wieder die Pizza in der Hand. Hat schon jemand eine Spritze? Äh... Ich habe... Ich habe eine, ja. Ich habe eine, ja. Ja, dann können wir, Likes. Eine Spritze. Oh, ja. Bitteschön, dann hast du deinen... Schuhstab. Oh, hier ist ein blauer Stein. Spring mal. Filler. Wenn man drei Stück von einem Item hat, kann... Ich kann die Kiste aufmachen. Ja, ich war gerade dabei klären. Destruction. Was ist überhaupt addicted? Äh... Ich glaube, du kriegst... Stand mit einem halben Herz ein ganzes Herz-Damage. 100% für den Raum. Okay. Das klingt nicht so gut. Äh, wir müssen das Keepis noch holen, ne? Ja, und wir müssen auch unten in den Raum klären. True. Also ich bin jetzt hier... Das ist die Nuss. Das ist die Nuss. Du wirst getroffen und irgendwann geht die dir auf. Oh, mein Gott, das muss ich nehmen. Ich werde halt 100 Mal getroffen pro Sekunde. Ich weiß nicht, was ich mit der Bombe gerade gemacht habe. Ich habe mich aber reingestellt. Ich fand die einfach viel zu cool. Oh, hallo. Bombe. Oh, ja. Lecker. Da hängt eine Bombe mit der Lava. Komm mal her, Bombe. Hä? Bist du mag die Nuss? Meine Bombe, ne? Sonst kommt's mehr. Äh, ist euch irgendwie aufgefallen, dass Steam-Sails gefühlt gar nicht mehr aufhören? Ne? Das ist einfach nur noch Sale und Sale. Ja, ne? Das ist einfach permanent-Sale. Maximal zwischendurch. Ich kaufe mir auch viel zu viele Spiele deswegen, aber du wolltest die Walnuss haben, oder? Äh, Walnuss. Was macht Keynes Auge? Warte mal. Ich glaube, Bomben-Drops haben wir nämlich gerade erst mal genug, oder? 18 Stück? Sie reichen ja. 18 reichen, glaube ich. Warte, ich spreche hier. Hier ist ein Crawl-Space. Okay, danke, dass du... Nein. Oh, das wirkt gut. Okay, äh, jetzt den Aids-Part dieser Ebene machen, würde ich sagen. Ja. Ja. Keine Lust drauf, dass wir zu dritt super werden. Können Sie bitte Ihre Wortwahl überdenken, der Herr? Solche Worte verwenden wir nicht mehr auf YouTube. Pilze. Zehn. Pilze. Pilze. Alle nur noch am Pilz schreien, Herrmann. Da ist er! Ja, das richtige Trinket war total useless eigentlich. Das ist nicht useless, weil immer, wenn man Raum betritt, hat man die Chance, die komplette Karte aufgedeckt zu bekommen. Welcher Pilz macht das? Ich weiß nicht, welcher Pilz es macht, aber ich habe es oft genug gehabt, dass die Mappe dadurch aufgedeckt war und seitdem blieb ich das Trinket. Ja, korrekt. Und manchmal bin ich doppelt so schnell in einem Raum. Pilzeffekte sind sick. Du verlierst halt nächsten Damage und deine Feuerrasse dafür, so. Das gibt's auch. Ja, aber manchmal. Ja, blüht. Manchmal. Das Leben ist ein Glücksspiel. Ja, es ist so gut. Yeah, back to the basics. Ich kann einfach alle Wege aufpupsen. Ich habe mein Stuff nicht, meine Tränen sind absolut Loser. Aber ich habe meine Todesrauber, die alles umbringt. Yeah. Hallo, warum ist die? Normalerweise habe ich hier eine Mod, die so einen Spongebob-Lead spielt, wenn ich wegrenne. Welches Spongebob-Lead? Ich schicke die Mod hier später. Ich weiß genau, welches du meinst. Ich kann es mir im Kopf schon vorstellen. Die ist eine, die, die, die. Die ist eine, wenn die wegrennen von den Quallen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, leichter, ne? Ja, ich kann es voll doppeln. Das ist jetzt nicht mega useful, aber... Ja, aber ich habe... Du hast doch die eine Hälfte schon. Ja, ich habe doch das erste. Hallo, Mama! Man charge die? Die macht immer so... Ne? I'm leaving. Zu dritt einfach. Ah, du kannst da unten lang. Einer kann eigentlich Bait spielen. Ich gehe durch. Oh, nee. Mama! Aua! Die macht nur ein Damage. Ich dachte, die one-hit it. Nein! Ich bin los, los, los. Gott sei Dank nicht. Kann irgendwer die Mutti ablenken und mich einfach zu den Ausgegen locken. Irgendwie ein Fokus, die ja. Ja, die geht aber nicht auf mich. Ich habe mich hier kurz gesprengt. Alles für den Club. Lauf, die Farbe, lauf! Hier müsst ihr einfach nur ablenken. Ich bin dort. Nein, dreh um! Warum muss ich immer noch das Feld abgehen? Ich bin doch ein Geist. Hallo? Okay. Ich darf nicht durchgehen. Die ganze Linie weggespringt. Oh, mein Gott! Ja, das sind... Los, 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 los! Oh, keinemann. Hallo? Wir leben noch. Hauptsache, wir leben noch. Ja, wir leben alle noch. Wir leben noch. Alle. Ich bin nach einer kurzen Lerb-Unterbrechung zurück. Wir leben alle noch. Ich bin einfach einer von Lilith begleitet. Ich fall nicht auf. Ich tarn mich. Ja. Ich kann nicht überschreiben, oder? Was lag hier in der Karte nach oben? Ja, all Clubs, aber wir haben unendlich Bomben durch Zomber. Ich finde es schön, dass ihr beide eigentlich die Charaktere mit den meisten Visual Clutter genommen habt. Gute Kombi. War im Top noch was? Ne, da war Green, ne? Okay, äh, ich... Ich opfere mein Leben, ne? Unendicted. Oh, Gläder. Buppe. Oh, ne. Weil ich rote essen, ne? Ich wurde beim letzten Mal nach einem Boss wiederbelebt. Also schauen wir mal, ob ich nächste Ebene lebe oder erst am Ende der Ebene. Das war wahrscheinlich nicht so hart, den Boss zu machen. Ja, okay. Ja, da fällt mein Kopf runter. He ain't back. Hallo. Hallo, ja. Oh, wir sehen alles. Auf der Map. Durch Cains Eye, glaube ich, ja. Durch meinen Pilz-Trinket. Sein Pilz-Trinket existiert gerade nicht. Ich weiß, es ist mitten in der Bank. Auf der Ersatzbank. Kommt wieder. Oh, rote Herz. Ich kann aber so ein Feuer mit einem Klick löschen, cool. Unter husten. Wir haben keine vollen roten Herzen, wir dürfen nicht rein. Oder ich. Als einziger Päder. Du bist schuld. Es fähre ich dir ein, um den weiter Weg zu öffnen. Okay, Feuer war einfacher zu öffnen. Oh, ja, sorry. Ich hab vergesst euch hier aufheben können. Schön, ich. Ah. Bisset spätig von dir, der Boss. Lillith-Thinger ist gut. Ja, ja, los, los. Oh mein Gott, hast du dich lost? Nee. Ich bin so stark. Ich hab halt noch kein Active Item. Ach, da ist noch ein Gegner. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, lol. Der gehört nicht zu mir. Keiner von meinen, Homies. Jetzt hast du erstmal kurz bomben, bis ich wieder da bin. Ihr wolltet ihr kurz den Boss hauen und dann mich kurz holen? Oh nein, ich hab monstrose Lunge bekommen. Let's go. So lange du nicht die Windel bekommst, ist alles gut. Müsst die Gehirne töten. Aua. Gut gemacht. Ich kann die Spuren nicht unterscheiden, ob die von uns oder von Gegner sind. Same. Ah, Arcade. Hm. Warte, kann ich mal kurz hier... Vorsicht! Jeet. Guck mich in den Geheimraum und längst rein. Ja, das wollte mich heute, wenn ich die Bombe. Oh. Energie, Junge. Hebe es auf, bevor mein Magneto es macht. Äh, ja, das ist der Energie, Junge. Lade ich mich doppelt auf? Nee. Warte, ich kann Energie für blaue Items holen? Ja. Eine Münze ist eine Energie für Items, immer. Für Cash. Glaube ich, oder manchmal eine Chance. Leider nicht. Ah ja. Was lädt das falsche Item auf? Ach so, ja, klar. Du kannst die items noch durchwechseln. Nee. Ich hab das eine ist ja kein Active Item, das eine ist ja in meiner anderen Leiste. In der, ähm... Ist doch ein Tainted-Characke, das kann in der Faust gar nicht weglegen. Oder so, I guess. Äh, was macht das nochmal? Batterie-Item, ja, weniger Charges, oder? Welches von den 100, oder? Oder Charges durch Dempten-Itsch, ich weiß es nicht. Ja, das macht... Automatically gives you one bar of charge after using your Spacebar-Item. Ja, du oder ich? Ja, du likest ja. Hallo, du kannst deine Dinger doppelt so stark machen, du brauchst das so oft wie möglich. Deswegen... Am besten ist, wenn ich das, wenn ich Damage mache, das bekomme, weil ich endlich Charges habe. Ja, wir haben einen Shop. Wir müssen erstmal shoppen. Erstmal shoppen. Nee, erstmal mich holen. Gleich, ja, nicht so gut. Ja, gleich. Nee, 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 ihr hebt alle Items, sonst sind ja eben, hör auf. Okay, okay, wir gehen erst zum Boss, verstehe. Ja, wir kriegen auch einen Atem weniger, das ist ein fairer Pro. Oh, ich bin in Ruhe. Ja, weil Spawn 0. Ah ja. Ja, Spawn so wie du nur 2, wenn du nicht da bist. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Okay, gut aufgehoben. Ich bin dabei. Hebe das Herz auf, bevor ich es aufhebe. Oh, ich erinnere mich noch an meinen Pokémon. Das war ein gutes Pokémon. Gestern war alles besser. Sieht irgendwie aus wie so eine Pan-Piction-Zeichnung von einem Isaac-Charakter. Oh mein Gott. Wie soll ich das dodgen? Meine ganzen Items gehen kaputt. Ich bock die an. Bombe. Bin wieder da. Mach mal eine Bombe neben sie. Ja, ich. Dann kann man sprengen. Das habe ich glaube ich schon mal gemacht. Oder einen Kommentar gelesen. Ich weiß es nicht. Nee, habe ich noch nicht gehabt. Nee, gib, gib auch noch nicht. Familie. Familie schießen schneller. Ja. Oh. Look at this. Wer will... Ja, ich brauche den Schnulli, glaube ich. Ein Baby. Aber das kann der Fahrer nicht nehmen. Wer will das Klebeauge? Der hat eine Fahrer, ich glaube. Oder willst du es nicht? Ich glaube, Sommer hat weniger Eid und das Tier. Also ich habe halt mein Sonnensystem hier. Ich bin ganz klein. Ich habe einfach BFF und das Trinkert. Ich habe das besten Willett von der Welt. Da ist ein Charge für den ich nicht? Ja, okay. Kein Buchcharge. Ich habe was glitzern gesehen. Ich muss es aufheben. Mann, ich. Monkey Ghost Brick. Aua. Mit einem Stein in mich gehoben. Hallo, geh doch weg von mir, bitte. Ich glaube, wir haben genug Schlüssel, um hier reinzugucken. Äh, Re-Roll würde ich sagen. Das ist der eine, das ist der Sprengler doch, oder? Der ist doch sick. Ne, das eine ist für Controller-Spieler, dass du 360 Grad aimen kannst. Ich habe einen Controller. Aber mein Laser geht schon 360 Grad, deswegen brauche ich es nicht. Oh mein Gott. Boah, die Sicheln sind so sick. Können wir beides aufnehmen? Wir können es probieren, ja. Ich werde nichts tun. Okay. Lauf du von weiter weg los, dann kann ich es anpassen, so und sehen, wann du reinläufst. Äh, aber eigentlich bringen die Punches dir nichts, glaube ich. Dann gehe ich ins Fragezeichen. Das ist sowieso wieder ein Raum, wo beides zählt. Ah, was habe ich auch bekommen? Ah, okay. Äh, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, eine blaue Fliege. Mit einem Herz drüber. Aber wir sehen keine Fliege. Ja, aber als Item. Mullygen, du hast Mullygen bekommen. Mullygen. Ja. Ja. Sprengst du das da, Nicko? Ja. Ich mache das kurz. Aber Tommy, ich müsste halt weggehen. Robin. Robin will? Bitte. Ich liebe Bobsell. Wir haben 20 Bob und wir müssen das Furf-Item benutzen. Keine andere Wahl. Nein. Nein. Ich habe... Hebs auf. Nein. Mein Nut. No. Magneto ein. Okay. Auf zum Shop. Oh Gott. Ich habe es abgefangen. Die Sicht hängt. Ich mache. No. Oh Gott. Ein Snack. Was ist Blauboom? Das ist besser als mein Active Item. Deswegen nehme ich es. Ich glaube, du sprengst deine Tränen. Ja, du hast zwei Active Items dabei. Ja, ich habe ein Backpack. Das war das erste Item, das ich gerost habe. Okay, das macht der Backpack. Blauboom ist, man sprengt die Tränen. Sprengt die Tränen? Glaube ich schon, ja. Ja, wir haben uns älter, aber ich habe nichts. Remote-Tier-Detonator. Cool. Ich habe halt keine Tränen. Du hast halt keine Tränen, ne? Das bringt dir halt nichts. Ich weiß, ich weiß, aber ich wollte es trotzdem mitnehmen. Du hast mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich nichts macht. Ja, du kannst den Shopkeeper sprengen. Ich wünschte, das wäre ein Detonator für meine Bomben gewesen. So, dass ich dann meine Bomben nur noch gezielt sprengen kann. Ich meine, das gibt es, aber ich weiß nicht, was es ist. Wollen wir oben an die Maschine gehen? Ja. Um uns blaue Herzen zu holen. Wir haben noch beide Geheimräume offen, ne? Äh, hier über uns. Wir haben sie noch nicht gefunden, oder? Also, hier sind sie noch offen. Habe ich meinen Pilz noch? Ja. Wir gehen ja jetzt erstmal zu der Arcade. Ja, okay. Und ich achte mal auf dem Weg dahin, ob vielleicht die Geheimräume angezeigt werden durch den Pilz. Wir können hier gucken, dann können wir vielleicht in den Städten... Gamba. Gamba. Bombe. Wer hat das meiste Leib? Nefarius. Ich habe zwei. Ja. Blank Rune. Blank Rune. Unbekannter Rune-Effekt. Also, ein random Rune-Effekt. Spink. Companionship. Das ist ein gutes Item. Also, Trinket. Jetzt schießt du halt einfach schneller in die... Ja, aber ich habe noch einen Laser. Ich fahre aus gerade Cain's Eye. Tankman. Vermitt. World. Die Welt. Also, ein Geheimraum habe ich gefunden. Justice. Justice. Damage ab. Damage ab. Ich nicht. Das Horn? Ja, das Horn ist damage. Aber ich will meinen Pilz behalten. Das Horn ist besser. Ja. Aber ich will meinen Pilz behalten. Jojoin, ne? Tschüss. Warte, ist das nicht für Familias hier, dass die sich im Kreis drehen um sich rum? Das locket, oder? Ja. Aber das ist schlechter als Lalleball. Ach, ich habe sie weil du dabei. Ja, ich habe schon mal eingesetzt... Habt ihr die Karten alle abgecheckt? Ja. Okay. Dann tut du dich. Wir gehen jetzt erstmal zum Geheimraum. Ich habe kein einziges blaues Herz raus dabei. Verrückt. Einmal hier oben. Warum hast du dich da hingestellt? Vielleicht zerstellt sich immerhin, wo die Bomben hingesprengt werden sollen. Ja. Ja. Ich weiß, wo die wir sind. Ja, wir auch. Ich leg die nicht dahin, während du da stehst. Das ist Secret Village. Ich spiele immer ohne Karte. Ich weiß nicht, wo das ist. Jo. Und der super Geheimraum fehlt auch noch. Haben wir den auf der Karte, oder nicht? Ne, ne? Ne. Ne. Okay. Dann wird mal gepompt. Ne. 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 Weiße Herzen, oder so. Cool. Das kann nicht stimmt. Weiße Herzen. Was soll ich das überhaupt darstellen? Was ist Death Note? Genau. Shinigami. Äh. Joano. Joano. Baby will weiter gehen. Baby muss zu Mama. Das ist euer Request. Wir bringen das Baby zu. Ich bin erstaunt, dass ich noch so viele Items habe, ne? Bei den ganzen Bullet Hells hier zwischendurch. Lecker. Ich kann noch einen. Lecker. Okay, ich hab Bomben. Oh Gott. Und sterb. Da ist rot das Ganze neben dir, Farius. Bin wieder voll. Unsterblich. Nicht mehr. Gut gemacht. Das kann ich. Weißt du wie ich kriege? Da ist ein blauer Stein. Hier. Und da springe ich auch nochmal. Warte, warum können wir eigentlich nicht nur 99 Coins halten, sondern... Das ist eines deiner Items, Farius. Du hast die Pockets. Irgendwo hast du da tiefe Pockets. Ah, sie ist da umfliegen. Da außen, neben dem Staples. Und inzwischen dem Mini-Arts. Oh mein Gott. Natürlich. Einmal Steam-Stand aber direkt Doppel-Green. Ja, ne? Dass wir aber nichts mehr davon haben. Wollen wir die Münze da? Ich bin ja, ich hole den neuen. Ich glaube es kommt noch ins Shop. Ah, ab. Ich dachte kurz, ja? Rechts erstmal ja. Rechts. Ihr macht mal. Vollbomb, 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 Doppelbomb. Guck mal ne Bombe. Guck mal ne Bombe. Aua. Wir haben keinen Magneten mehr, ne? Wir haben ja mal Magnetos. Doch, der Magneto. Oh, warte ich hab ne Passage. Äh, warte. Irgendwo auf Dreck auf den Boden, ne? Ja, auf Knochen oder paar Kerzen oder so. Also überall, ja. Genau. Rollsperr. Box. Ja. It's useless. Power Of The Mind. Du bist jetzt ein Mönch. Du kannst jetzt... Du kannst eine falsche Nein sagen. Nein. Ball of Jar. Oder weiß doch. Chaya. Ball of Jar. Ball des Kruges. Ja, was wollt ihr? Nehmt das Fragezeichen, irgendwer von uns. Also, ich bin halt bedient immer noch, ne? Der Light hat eh seine Babys, deswegen brauche ich die Thunder Thighs und bin noch langsamer. Oh Gott, sick. Jetzt kannst du echt mehr Steine schnüren. Schon kann ich jetzt aber drü... Kann ich schon drüber laufen einfach? Mein Gott, was habt ihr alle für Damage habt, ne? Ich hab bitte richtig Steine. Ich bin richtig. Ich hab 8 Schaden. Aber ich hab auch BFF, das ist glaube ich 100% mehr Schaden. Wir haben gerade 3 Points bekommen. Ich hab einen Schaden, aber ich hab halt ja Milch getrunken. Du hast Zäumilk. Ja, kann ich schon so laufen. Ich bin der Pilzeffekt ist hier in dem Raum aktiv gewesen. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, ein Herz für mich. Oh, ein Herz für mich? Okay, dann ich... Oh, ne Faust hat auch recht wenig Leben. Da kann man nicht drüber laufen, oder? Das kannst du anziehen, du Faust, oder? Nein, das würde ich sonst bewegen. Ne, die Kisten kann ich nicht machen. Hä? Deine Items, deine Lina, dann könntest du öffnen scheinbar. Ja. Oh mein Gott, ja. Zähnst du deiner Hitbox? Unten ne Bombe? Ich find schön wie nirgendwo was drin ist. Warte, in jeden Fall. Okay. Einfach wie der Attentat, ey. Ne, unten ne Bombe, da hab ich sie gelegt. Ist es ein Attentat, wenn du Bescheid weißt? Hier unten? Ich kann es doch nicht vor dem Attentat eine halbe Sekunde vorher sagen, ich bringe sie jetzt um. Doch. Und dann ist alles legal. Dann ist es eine Vorhersage oder so. Dann ist es kein Surprise mehr. Stimmt, dann ist es sogar Pre-Meditated Murder, das ist sogar schlimmer. Ah, das ist deine. Ah. Und wir können sie nicht ausgeben. Nice. Deine Bibliothek, wir können lesen, Jungs. Ich kann nicht vorbei. Wir haben nur den Raum aufgegangen. Das ist besser. Das zeigt hier. Ja. 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 Das ist alles. Dann bleibt es vielleicht in Geheimraum. Hallo. 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 Ich hab schon so viel Zeit verschwendet. Na? Ich hab gedrückt. Ja. Es hat uns nichts Neues angezeigt. Yeah. Nice. Doch, es hat die Karte aufgedeckt, oder? Das hier runtergestückt. Hallo. Kann sein, ja. Äh. Ich möchte hier nicht sein. Hier ist nichts in Höhen. Komm einfach das halbe Herz und genieße. Ja. Ich wünschte, ich dürfte angreifen. Ja, nicht. Ja, nicht. Leicester kann da unten reinlaufen in den Stachelraum. Ja. Der hat genug Leben. Okay, Leicester sprintet weg. Ne, nicht bei den Bossen, die kommen. Ich hab Angst vor Mutter. Mutti macht mir Angst. Aber was mit Geheimräumen? Äh. Geheimräume brauchen wir noch. Ach. Also hier unten ist keiner, da oben ist keiner. Ich lass mich mal suchen. Könnt ihr hier links sein? Kannst du hier eine Bombe stellen? Ich trink einen Schluck. Nö. Ne, egal. Wir haben 720 Bomben. Wir haben genug. Nope. Äh. Äh. Hier links, oder? Ja. Ja. Die Bombe war nicht. Oh. Oh. Oh? Ah, hier war ein Stein, ne? Hier war ein Stein. Stimmt. Ja, ja. Rechts beim Gold... Also jetzt hier rechts an der Wand, oder nicht? Zum... Nein. Das geht nicht. Wegen... Äh. Der drüber war, glaub ich, was. Wenn ich mich... Ach so. Okay. Ja, dann wahrscheinlich an dem großen Fehlkraum irgendwo dran. Äh... Hier kann ich auch nicht so... Die, 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 die... Eins weiter rechts und dann runter? Ja. Ne, okay. Hier rechts, oder? Das ist der hier rechts? Ja. Ich mach mal. Laser... Pups. Tada! Ich... Ich versteh's nicht. Ich aktiv. Oh, ich weiß... Oh, ich weiß... Links... Bibliothek... Links von der Bibliothek... Ja, ja... Okay, wow... Ja... Maybe... Alles andere geht halt nicht mehr. Die Ebene war toll vom Geheimrollen. Ich... Ich brauch nicht mehr laufen. Das ist einfach viel zu schnell. Ja, ich bin dann verstehen geblieben auch. Ich... Ich... Okay, ne... Wie? Wo? Und... Und beim langen Raum. Hä? Hier oben ist der... So unterm... Da haben wir schon gesprengt. Ich will nochmal da sprengen. Let's go. Unterm Goldraum. Okay. Wir finden ganz viele neue Engel. Wir finden den jetzt. Egal wie viele Bomben das kostet. Ja! Jawoll! Oh, Homie! Homie! Willst du ihn sprengen? Soll ich ihn sprengen? Aua! So... Oh mein Gott! Ja, hast du schon... Ja, hast du schon... Ja, zombe Herzen! Zombe Herzen! Zombe Herzen! Was ist zombe Herzen? Das ist auch Damage, der ist. Und ich hab... Ja! Das komische Kack-Item, wo alle Damage-Dinger gar nicht so viel bringen. Ich hab 0,28 Damage bekommen. Ich hab 0,28 Damage bekommen. Ich will nicht, dass du stirbst. Okay. Das war eigentlich dumm, weil es Angel-Room schon genommen hat oder ich es nicht wusste, aber... Isaac! I guess. Das Item ist stark. Ich hab Achtung gleich Bombe hier. Aua! Das war ich nicht. Da ist meine Bombe erst. Oh Gott, irgendwer hat die geschoben. Warum lasert die? Was... Oh mein... Wir haben Angel-Room. Äh... Welches wollen wir? Oder will einer von euch? Das hier ist entweder Damage? Also Polaroid triggert halt bei mir immer, ne? Weil ich keine normale Herzen habe. Ja, klar. Ja, dann rein mit dir. Das ist eh so wenig HP hier gerade. Oh mein Gott! Das wollen wir nicht? Oh ne. Die öffnen sich unendlich oder so, ne? Manchmal. Die haben ne Chance. Da ist ein Reiter drin. Das ist meiner. Den habe ich gerade genommen. Ja, das ist das Item, ja. Leer? Okay. Ja, mach du mal ne fast. Du hast das Luck. Wenn... Wenn sie dem alle zugehen. Okay. Den Key brauchen wir. Äh... Den müssen wir nicht bekämpfen, ne? Das macht... Doch, doch. Das ist... Angel-Deal. Das ist die Chance wieder höher mit den Key-Pieces. Okay. Ich habe können aber reingelaufen und das hat den aktiviert. Haha. Ich bin ultimativ. Ich habe nicht gesehen, dass ich ne Bombe gelegt habe, aber... Ja, bin denn hinten. Weil du dick bist. Hol dir das Key-Pies, Laixa. Ne, ich sehe ganz schön verprügelt aus. Du hast dein Item abgelegt. Ähm... Wir haben das, ne? Ja. Ja. Ja, das... Bobs... Bobs Kopf brauche ich ja nicht. Ja, wir haben ja... Wir haben mehrere... Bobs. Soll ich ihn nehmen? Das hat das Polaroid... Wir machen für die Zuschauer nochmal, weil... Ja, genau. Weil man die zwei Teile sammeln muss und dann hier das Messer reinschmeißen muss. Ja, genau. Ich habe mich reingestellt mit den 700 Babys. Ich sehe nichts. Haha. Ich sehe doch auch nichts. Ich habe alle... Ich habe so viele Items durch die Projektile. Aua, ich habe mich dreimal gesprengt während dem Kampf. Zombie... Ah... Ich habe das Herz schon direkt gesnackt. Aua. Ich habe irgendwie zehn Items gerade verloren in dem Fight. Ich brauche... Ich muss aufrichten. Ja. Das wird... Das wird... Der Mom-Fight wird spektakulär werden. Du musst sagen, ich sehe nach rechts und dann kommen auf einmal diese 700 Babys zu mir hingelaufen. Hahaha. Du musst halt Unterhalt zahlen. Deine Familie kommt dich besuchen. Ich werde Mates-Gamer. Also gleich beim Boss werde ich einfach keine Upgrades mehr haben. Hahaha. Ich möchte nicht zu diesem Boss. Also mein Fazit ist bisher, ich bin Azazel auf Wish. Hahaha. Das sind ungefähr alle Tainted Charakter. Also... Aber wir können richtig viel gamblen. Warum haben wir so viel Geld? Ja, ähm... Gamble Time. Die Bomben fliegen aber schon zu mir hoch. Das Geld auch. Hehehehehehe... Aua. Hey, vielleicht sollte ich gucken. ... 48.000 deiner Energie... Meeee... Okay, ne paar Sachen Okay, ich hab drei Lack, okay Get out of the way Dreimal so viel wie ich, ja Oh, Herzen Oh, Herzen Oh, keine Herzen Oh mein Gott, was passiert? Magnetische Tränen Oh, die reisen um mich herum sogar Schau mal, schieß mal durch uns durch Oh mein Gott Ja, wir ziehen die an Ja, äh Ja, wir müssen nicht alles verspielen, wenn ihr kein Bock habt Also, du brauchst noch Herzen und alle Herzen, die ich kriegen kann, sind Items, die ich kriege, genau Ah, okay So, heil dich mal Ja, okay, nehm ich beides So, ich hab genug Counterfight Penny freigeschaltet Stimmt, Zombie regneriert sich ja sogar Ja, Zombie Regeneration Ja Sehr langsam Oh, da ist das Item Let's go Für die Fly Für die Fly Ne, weißt du, welches ist das? Wer ist der Fliegenmeister von uns? Ich hab Mulligan Leicester hat zwei Fliegen um sich herum fliegen, welche sind das? Äh, von, von dem, von dem Reiter Ah, okay, äh, ich hab ein Fliegen-Item, Zombie hat auch eins, perfekt Ich hatte Mulligan davor, jetzt hab ich zwei Genau Ja Dann hast du zwei, gut Und du hast einen Haufen Und alle Fliegen sind eben Nein, der kam dazu Wo kommt der? Der kam jetzt durch die Fliege Äh, wo? Oh Oh Achtung Au Ah, da ist ein großer Dude, Achtung Ich habe echt wenig HP Da ist ein Herz Unten Ja, da ist hinterfahres reingeflogen Oh, ich hab's abgefangen Wunderbar Ich hab's grad ein bisschen leer, oder? Schokolade Schokolade Bei mir läuft alles Oh Gott, die Schokolade Ist da eine Bombe drin? Ich lauf Steine kaputt Hier spielt das Spiel Hör mit Hier gibt's keinen Schokolade Ja, die Teleport, ne Yo, was wird Schonker? Die hätten immer auch so als Pokémon tanken können Äh Ich denke da dein Buch zu benutzen Jetzt kommen wir Dann sehen wir vielleicht die Geheimdauer Ich sehe ein Herz Ich glaub es kam durch das Buch grad Aber ist irgendwie verschwunden Meine Ahnung Dann wollen wir nicht fallen Äh, ja Wollen wir das Boss Nicht fallen Was hättest du erkunden? Äh Sind es wieder zwei Ebenen oder eine? Ich hab halt zwei Naja Ach stimmt, hier kann dieser ewig lange Boss-Raum kommen Mit dem Kack-Boss Ja, ja Ja, ja Ich hab halt noch zweieinhalb HP Ist halt alles Ja, erstmal Boss umklatschen Ja, ja, komm Ist das so oder so? Ja, komm Sorry, halt ich voll So Okay, jetzt kannst du alles wieder haben Nefarius Wolltest du mal boxen? Was ist das denn? Ich weiß nicht mal wie der heißt Da wird so eingedrungen Rein da, rein da, rein da Was rein da, rein da, rein da Ja, in der Boss rein Ja, in der Boss rein Wir gehen immer ein Fug mal unter Bosses Ja, wir gehen immer ein Fug mal unter Bosses Ja, aber wenn ich meine Schüsse so spammel ist, darf ich, ne? Ja, das ist okay Ja, das ist okay Ja, das ist okay Ja, das ist okay Ich hab so viele Items Verloren Das ist Tearsize und Range Oder? Juck Ich brauch keine Tearsize und Range, also gönnt euch Einer von euch beiden Ich hab genug Range Damage und Range Nimm Nefarius Okay Ich nehm den Schokoriegel Boosterpack Achso, das sind so Sammelkarten Kartenpaket Get out of jail Kenn ich nicht Öffnet alle Türen Teufel Stabilität? Nein Das war Joker Nee, mach den... Mach den Juga weg von Ruh Tower... World... Was war das? Ein Hörmitto Okay Was ist denn die Karte in der Ecke? Ja wohl Öffnet alle Türen Öffnet alle Türen Öffnet alle Türen Okay, okay, okay Überlegt irgendwer gerade was oder können wir weiter rumlaufen Ob wir erkunden hier oder ob wir runter gehen in den nächsten Gibt's nen Itemraum hier? Das ist halt die Frage Nein Nee Gibt's nen Shop hier? Nein Nee Dann gehen wir weiter Geheimraum maybe oder so, aber... Also Mother ist richtig schwer, also... Ach, ich hab die bei der zwei getötet Okay, vielleicht nicht hier rein, aber... Ich hab gerade oben hier... Oh, sorry Fuck Erstmal zwei Münzen Schade Ja und ich denke hier ist der normale Geheimraum Ja Maybe... Nein Wir könnten auch testen ob hier der... Supergeheimraum ist Ja mach ruhig Oh, ich... ich kauf bei ihr Ja, mach du Nefarious Geball Nee, es ist sinnvoll, wenn du's machst, ich hab zu viel Luck, dann kriegen wir das Item schneller Ja Ich wollte das Item haben Oh mein Gott Äh, wenn du das aufhebst, was passiert, kriegst du ein Seelenherz wenigstens oder so? Ich krieg... ich... glaube... ich weiß es nicht, ich nehme du's einfach Du likes er, oder? Likes hat noch weniger Leben als ich Ja, likes er... warte, das Ding hat dich auch geheilt, du hättest noch... oder? Hat das? Ja, hat geheilt Weiß ich ob... Ja, äh, ich weiß nicht Äh, ja, ich... Also ich weiß aber nicht wie viel das heilt Wahrscheinlich ein halbes oder ein ganzes Jahr Ich frage jetzt, ob wir mehr HP dadurch gewinnen oder verlieren, wenn wir weitergekommen Also ich kann weitergehen, ich wollte nur kurz nach dem Geheimraum gucken eigentlich Und denn einen haben wir ja Der Punkt ist, äh, es kommen auf den Ebenen so viele Projektile und wir gehen einfach nur mehr Item löten durchs Akkunden wahrscheinlich Ja Ja, okay Äh, hat jeder ne Karte? Wenn der Bullet Hell bei Mama beginnt, dann weißt du eh Bescheid Ja, ich auch Ja, ja Bei Mama bin ich wieder tot Also irgendeiner von uns muss überleben, das passiert Ja, du likes er Das wird einfach der Trend, dass ich immer beim Ende sterbe Äh, ich benutze meine World-Karte glaube ich gleich im nächsten Raum, dann ist die Karte aufgedeckt Was ich auch jetzt benutze, macht keinen Schaden, Sun macht den Schaden Sun macht damage, nicht World Okay Geheim Raum gefunden Tötet Giste Bombe Bombe sind zu weit rechts Ja, kann ja ne Fass Hol dir ein bisschen was So Huh Nichts Ice Baby Steine Wir können hier springen Wir können hier springen Ich mach mal rechte Bombe Und erstmal den Dude Stecker Seine Bandages sind Das sind Leben Ja Wer von uns? Du, ich Ich Kann ich mich mehr anpupsen Wie meine Bombe langsam zu ne Paris und gerutscht ist Oh nicht der Ich also ich Ist schön einfach die ganzen Gegner aus Eisig nicht mehr zu kennen Ach ok Die waren von Von dem Gegner Die Flächen Wie soll ich denn damit rechnen? Ja Ist da noch ein zweiter? Ja Nicht genug damage Äh Dude sprengen Dude wird gesprengt Dude wird gesprengt Warum macht meine Pups jetzt so ne rote Wolke? Habe ich was falsches gegessen? Ja Ist ungesund was du gegessen hast Da war noch ein Dude am Grund Warte ich Lauf wieder Tum, 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 tum Pum, tum, tum Pum, 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 pum Pum Dann noch Pum, 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 pum Pum Nichts Ok Die Husten-Technik Ich muss wenigstens nicht zielen Ich weiß halt nicht, was die machen, ne? Ja Ja, alle Items Nefaros, die du siehst Okay, wo war Boss? Ja, da, da Also wenn ich sonst Wenn ich immer nur die Taste antippe, dann bring ich euch nicht um, ne? Ja, aber du gedrückt hält Okay, ich hab ein bisschen lang gebraucht in dem Run, um mir das jetzt einzugewöhnen, aber Ihr habt ja sonst eh alles getötet Ich scham ja auch alle, mit dem Laser, mit meinen Millionen Treffern pro Sekunde Okay, ähm, ja Ja klar, easy, wegklatschen Oh, ich bin her, jetzt Hilfe Ich spreng oben noch, ne? Okay Einmal Ich spreng, äh Oben noch Links, nein Egal Müsst ihr nicht markiert sein? Ich hab ein Homie auf dem Kopf Ja Ey, du hast Schutz vor Projektilen 30% oder so Ja, vor allem Es kommt doch eh kein Projektil Zu dir, ja Ja, noch nicht Jetzt machen wir den Ja, wir machen das Let's go Wir machen das Ich hab zwar keine Karte und so, aber passt schon Ihr habt ja welche Ich hab ne Karte Ihr habt beide einen Devil Ja eben Hä? Hä? Oh, Zombie, komm, wir können sich doch Warte, was? Hä? Ihr seid zu groß So haben sie geweint Okay, durchgekloppt und dann kommt da ne Explosion, ergibt Sinn Jetzt haltet ihr eure Hand, dann kommen wir ja mal raus Kann ich mich einfach hinter ne Faris stellen? Ja Ja, stell dich in mich, dann hast du Aura Stellt euch in mich, Leute Aura, nicht davor Ich hab nicht mitbekommen, wo ich bin Alter, ich hab so wenig, wo bin ich? Ich hab ein halbes Herz schon Ah, da kam der Schleid nochmal Okay, jetzt kann ich ins Gesicht husten Es läuft nicht so Doch, doch, doch Die machen wir easy Ja, kein Problem Ach, mach jetzt Ihr kennt ja die Die Strat Genau Ich hab irgendwie Äh gehört Nicht sterben Nicht sterben Wir wachen dann fertig Ah ja, die macht jetzt mal ein ganzes Herz Schaden ab der Ebene, ne? Auch Ja Ich hab noch so viel gesehen Wir hatten echt noch mehr Babys gebraucht Und Items bei Nefarius Jetzt hätte ich ja noch was erkannt Also wirklich die beiden Charaktere mit dem meisten Clusterfuck auf dem Bildschirm Vielleicht gibt's welche, die schlimmer sind, ich weiß es gar nicht Aber es war echt viel los auf dem Bildschirm Oh, es geht schon so in die Richtung, was am schlimmsten sein kann Ja, ich glaub, ich bleib, wenn wir noch weiterspielen, bei der nächsten Folge trotzdem noch der Weil ich will Sachen Lass uns dann einfach so einen normalen Run machen Dass ich ein bisschen was freischalte mit dem Charakter Ja, nicht mal die Höllengebiete Ja, genau Nicht jetzt, hallo Äh, hallo Ja, das war automatisch, wie es da Sorry Exit Gut, Leute Oh, wow So ein bisschen disconnected Ja, klar, ich bin in die Folge Ich steune einfach danach wieder rein und tue so, als wäre es eine neue Aufnahme Easy Das war's mit einer kleinen Runde Isaac Vielen Dank, meine Frau Und Likes ja wieder fürs Dabeisein Wir sehen uns mal in einer weiteren Folge Wo wir scheinbar weiter Ese-Esel spielen Und was die anderen spielen, sehen wir dann Bis dann Ja Alles, hallo, Mann Tschüssi Ciao, ciao